Hallo und willkommen zu Frank am Freitag, heute aus dem wunderbaren Interalpenhotel in Telfs bei Innsbruck. Hier darf ich gleich vor Top-Führungskräften einen Vortrag halten. Und wisst ihr was? Ich bin echt nervös. Und wisst ihr was? Das gehört dazu. Also, solltet ihr mal vor einer kleineren oder auch vor einer größeren Gruppe reden wollen oder müssen, wie auch immer, bitte nehmt mit, diese Nervosität, das Angespanntsein, das Kribbeln, das ist Teil des Ganzen und das gehört dazu. Und das sagt euch lediglich, ihr seid jetzt ein bisschen außerhalb eurer Komfortzone, sprich in der Wachstumszone. Und das ist gut und das ist auch richtig so. Am Ende zählt nämlich nur rausgehen und machen. Machen macht's. Also, habt Spaß dabei, nehmt die Nervosität als Freund, als Wegbegleiter, geht raus, tut die Dinge, die ihr tun wollt und habt Spaß dabei. Ciao, bis nächste Woche Freitag. Euer Frank.